hallo und herzlich willkommen bei Sposfunde auf meinem Kanal. Ich begrüße euch zu einem weiteren Video hier aus dem Höfelmuseum in Gramsach. Ich wollte hier von einer erhöhten Position einmal einen weiteren Teil des Areales zeigen. Da wird jetzt kein langes Video werden. Wir sind jetzt seit einer Stunde ungefähr unterwegs und haben es vielleicht. Aber es liegt auch bei mir, weil ich so aufs Altzeig stehe. Eine Stunde umgebracht haben wir jetzt vier oder fünf Höfe bis jetzt durchgemacht. Das wird der nächste Punkt sein bei dem, wo ich weitergehen werde. Die zwei Bauernhöfe, da waren wir schon drin. Es ist ein Moment. Hier oben die Almhütten, die ist wunderbar. Hier dieses Haus ist wunderbar. Unsere schönen Tiroler Berge im Hintergrund, das passt ganz gut dazu. Ich wollte es euch gerade mal zeigen, dass ihr mal so einen Eindruck kriegt. Wenn ihr herkommt, so viel Zeit. Das braucht es, wenn ihr es so genau schaut, überall genau lest. Das wollte ich mal zeigen. Na gut, bleibt mich gewogen. Bis zum nächsten Video. Euer HB. Servus.